Willkommen zurück bei Monkey Island 2. Ja, in der letzten Folge haben wir unser zweites Kartenstück gefunden bzw. bekommen und die Einladung für Gouverneur Malis Mardi Gras Party. Das heißt, ich brauche jetzt nur noch hier eine Verkleidung angeboten. Ah, du hast ein Kostüm auf der Reserve. Das ist eine andere Geschichte. Mal sehen, dein Kostüm ist hier. Was kriege ich für ein tolles Kostüm? Geh hier bitte. Ist hier Fred Feuerstein versteckt? Oh. Well, hier ist es. Du wirst sicherlich der Kostüm der Partei in diesem... Oh, ja. Well, hab Spaß und Spaß mit deinem Kostüm. Hab ich mir doch gedacht. Es sah doch aus wie Fred Feuerstein. Äh... So, sie ist immer noch da. Ihr... tolles Boot am... ja, am Verkaufen bzw. am Chartern lassen. Uh... Is there something I can help you with? Uh... You mentioned a party before? Do you bring a costume and invitation? I've got my invitation right here. Well, what do you know? You do have an invitation. Do you have a costume? Yep. I have my costume right here Better put it on Well, if you insist But you'll have to try to restrain yourself No, no, not here Go in the bushes or something Boots Jeez Oh, that is nice And the boots are a nice touch Okay, I guess you can go through Have fun Okay, it's on jeden Fall Nicht gelacht So, äh Komm man da jetzt hoch Komm man nur zum Weg Achso, hier geht's irgendwie weiter Ich hab gedacht, das wäre eine einfache Wurzel Die da einfach nur so rumliegt Oh, what a cute little thing Leave me alone I'm busy Nice Okay So, where are all the chicks? Yeah, I thought there'd be some here Not again And these costumes? Who can tell? That's true There might be some babes here Hmm Well, what can we do about it? Well, we just ask Ask? What are you, nuts? Yeah I guess you're right Ah Mardi Gras sure is tough on us swingers Hmm, I'll drink the bath Some party, huh? Yep I'm gonna sweat off 20 pounds in this stupid costume Some party, huh? Okay I wish I could really get to the end Hi, my name's Guybrush Why did we put up with this stuff? I don't know Just to prove we're fun-loving guys Check out the spittin' contest? Yeah Got second place Not bad Yeah, well, you know The wind was with me Try the fish? Yeah Almost choked on a bone You're the one about the polar bear with the hair lip? Yeah Last week Yeah, well, you know Yeah How's work? Same old, same old Like the music? It's all right Where'd you get the costume? Ah, I wore it last year Can I get you a refill? No, I'm fine Pretty good turnout Yep Heard any new jokes? Not in months Gotta get the recipe for that fish Oh, yeah Hey I wonder if she wants a You know what I'm saying? Oh, yeah Blah, blah, blah Blah, blah, blah Some party, eh? Yep Yep You're the one about the polar bear with the hair lip? Don't I know you from somewhere? To Elaine Marley To Elaine To this great party To the party To the salmon party Okay Tate Too late Too late They're already picked clean To Mardi Gras To Mardi Gras Mardi Gras Nice mask Where'd you get that drink? Thanks More subtle than most Yeah, thanks Not your usual Larger than life Mardi Gras head Nope Probably saved a lot of materials, huh? I'm sure I don't know Not that papier-mâché is very expensive Do you mean papier-mâché? Yeah Whatever No, I don't imagine that it's very expensive at all Still, you must have saved the bundle I never scrimp when it comes to the holidays Well, I didn't mean you were cheap Parties and balls are my life I just meant Making gay is the only purpose I can find in my wretched well-to-do life I'm sure it must be hard But you say my costume looks cheap? No, no It looks great That's not what you said before I just said it looked subtle It looks like part of the map to Big Whoop Can we just stop the subject? That makes three map pieces, only one to go Okay, that's going to flood Can I get your refill? Gotta get the recipe for that fish Oh, yeah Blah, blah, blah Blah, blah, blah Can I get your refill? I'm not dressed for wrestling Can I just squeeze by? Hmm, wohl nicht Dry the fish? Yeah, almost choked on the bone To all the women I've loved before Da kommen wir auch nicht weiter And let's have one for the Jolly Roger What's the matter, boy? Smell something? Ah, nice doggie What's the matter there, Guybrush? The truck's alive and I'm on the lam I was talking to the dog Who are you? She named her dog Guybrush? Yeah, I don't get it either It's not much of a name if you ask me It says it's because he's dumb and helpless And keeps getting in the way He sure can sniff out the governor's possessions Maybe you should empty your pockets Try and catch me, old man Oh Oh, uh, look out for that rig Okay Governor, I caught one of your party guests Making off with your grandfather's map Another would-be treasure hunter, eh? Bring him in In here, Guybrush Guybrush? Guybrush Threeport? The one and only Sugar Bear Of all the parties and all the houses On all the islands of the Caribbean He had to crash mine It's destiny, honeycakes Don't talk to me Snugglepuss Get lost Punkydoodle I'm wanting you Pooper-dooper Maybe I should go right to back 40 Ja, besser is it Look at us Together again Boy We haven't been like this since Well Since I quit my job and moved away Without leaving a forwarding address Was that what happened? Gee, I thought Guybrush, can't you take a hint? We were a mistake I thought we had an agreement You're the governor of my heart, baby Same old Guybrush My life's been meaningless without you Oh, really? I'll win you back If it's the last thing I do You're getting warmer I'd jump out that window to prove my love Well, that's not the most stupid thing you've ever said Have pity on my poor, broken soul Oh, Guybrush I know I shouldn't have anything to do with you But there's something about your weakness and ineptitude That I find infectious Does that mean you're gonna let me have the map? The map Is that what this is all about? I should have known better If the map's all you care about You'd better go out and get it Eh You're the one about the polar bear with the hair lift Can I get you a refill? Okay What the? Hey! Wohin bläst der mein Kartenstück? Er bestimmt hier in den großen Baum, oder? Ach nee, zu der Klippe Well, shoot Jupp Du sagst es War natürlich zu einfach, sich einfach das Kartenstück da nehmen zu können Äh Seite des Hauses Mal gucken, ob wir da noch irgendwas machen können Ah Ich glaube, ich weiß Schachteln Okay, können wir da so rein Hier gibt's auf jeden Fall Fisch. Sorry. Aber gut. You better just get out of here. I said cut that out. Let this be a lesson to you. No good punk. If it's not raccoons, it's teenage vans. I said cut that out. You're lucky I have to get back to my fish. You heard me. Get lost. I said cut that out. It's a beat up metal trash can. Don't even think about going in there. Nice. Don't even think about going in there. Doch, ich will da aber rein. Don't even think about going in there. Why, I, Ota. Don't even think about going in there. You've got some nerve. I don't have time for this. Ach so, er folgt. Go away, boy. You better me. Folgt mir jetzt hier ums Haus. Hey, come back here. I'm not done yet. Spend it. I'm going to use this meat cleaver in a second. So, und jetzt komm ich vielleicht auch da rein. Komm, beeil dich mal ein bisschen. Komm. So, ich hab einen großen Fisch. Oh, da bist du. Anyway, like I was saying, this neighborhood has really gone downhill. Get a job. Why don't you go down to the dump if you like garbage cans so much. The nerve. Okay. Er hat fertig. Wir auch. Und wir können jetzt mit dem Fisch sehr wahrscheinlich da unsere Wette gewinnen. Und dann bekommen wir die Angel und mit der Angel können wir uns sehr wahrscheinlich das Kartenfragment angeln. Klingt zumindest mal nach einem Plan. Ich hoffe, wir werden hier irgendwie unsere nette Verkleidung hier los. Vielleicht während ich in den Wald bin, werde ich dieses stupide Kostüm verbrechen. Jupp. Genau. Äh, ja. Wird das Schiff. Where do you want to go? Äh, Fett Island, hab ich gesagt. Und dann reden wir mit unserem Fischerfreund hier. Äh, ja. Aber es ist fast so groß wie ein Leviathan, wie ich gerade in die Hände habe. Echt? Wo ist dieser Leviathan? Ich glaube, du bist leid. Ja, du bist richtig. Es war nur eine Fisch-Story. Ich glaube, du gewinnt. Hier, holst du den Pool. Und jetzt wieder zurück. Dann an die Klippe und angeln. Äh, wieder hier zurück, Butti. So, können wir die Angelroute direkt hier benutzen? Genau so. Nein! Ah! Bescheuerter Vogel. Genau. Super Mist ist das. Ja, und da fehlt mir ja die Planke. Ha. Tja, da fehlt mir jetzt die Planke, wie ich die da reinbekomme. Oder kann ich hier... Kann ich Jojo mit dem... Toilettenhäuschen benutzen? Auch... Wenn ich jetzt... Nicht wüsste, warum. Ich habe aber sonst nichts. Doch, ich habe hier noch einen... Stock. Du hast doch nichts... Aber ob der hält... Das scheint nicht funktionieren. Hm... Kann ich hier so einen Schiffshorn rein... Nein, kann ich anscheinend nicht, äh, nö. Tja, ohne zusätzliche Planke komme ich da nicht weiter, oder komme ich dann weiter, oder kann ich aus den Kisten da bei dem Anwesen was zimmern, was habe ich denn noch, kann ich, ne, aber ich konnte es ja auch nicht aufheben, ich hätte mal vielleicht noch mit dem Hammer draufschlagen können oder zersägen können, hm, keine Ahnung, ich denke mal, das ist dann auch wieder ein guter Zeitpunkt hier die Folge zu beenden, vielleicht fällt mir jetzt auch irgendwie was noch ein, ansonsten, Moment, wo muss ich eigentlich das, 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 das vierte Stück, wo ist denn das eigentlich noch mal, damit das gucken wir dann doch zuerst noch mal Big Whoop, unclaimed Bonanza or myth, it says here there were four pirates, Rap Scallion, the cook, Young Lindy, the cabin boy, Mr. Rogers, the first mate, and Captain Marley. They buried their treasure along with plenty of booby traps on a place believed to be called Inky Island. They made a map which they divided into four pieces, each man taking one. Rap Scallion later opened the steaming weenie hut on Scab Island. It was a huge success, but fell into disrepair after Rap was killed in a flash fire. Young Lindy drifted aimlessly, down on his luck until he mysteriously came into money while panhandling on Booty Island. He used the cash to bankroll an advertising firm, which failed after its gross mishandling of the gangrene and honey account. Mr. Rogers retired off the coast of Fat Island. He marketed homemade contest grog brewed in a bathtub until his recent disappearance. Captain Marley vanished while sailing in the America's Cup race. His boat was leading at the time. Okay, mir fehlt dann nur noch halt da das dritte Teil von dem Typen auf Fat Island, der da so ganz mir nichts dir nichts verschwunden ist. Und ich schätze mal, da finde ich das Stück auf dieser, da in diesem kleinen Haus, was da auf dieser Insel da ist. Ja, aber wie komme ich jetzt auf dieses, auf diesen Baum hoch? Hm. Na, ich überlege mir was. Also ich denke mal, ich brauche irgendwie so ein, so ein Holzbein. Aber da habe ich ja eigentlich schon versucht, den Affen drauf loszuhetzen. Das hat ja nicht geklappt. Äh. Dann brauche ich dann doch irgendwie eine Planke. Hm. Naja, äh, wie gesagt, ähm, das war's dann für diese Folge und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten wieder. Bis dann. Ja, bis dann.